Artificial Intelligence ist die Zukunft und wird unser Leben in allen Bereichen revolutionieren. Für jedes Unternehmen stellt sich daher die Frage, wie es AI gewinnbringend einsetzen kann. Allerdings mangelt es in den meisten Unternehmen an Erfahrung und den richtigen Leuten, um diese Frage zu beantworten. Als der Experte für Data on AI in Deutschland helfen wir Unternehmen aus Daten echten Mehrwert zu generieren. Gemeinsam realisieren wir datengetriebene Innovationen und neue Geschäftsmodelle. Wir begleiten unsere Kunden entlang der gesamten Data Journey. Diese beginnen mit der Data Strategy. Hier evaluieren wir ihren Status Quo und entwickeln eine Roadmap für ihre Use Cases. Anschließend in der Data Lab Phase explorieren wir ihre Daten und entwickeln einen ersten Prototyp. Im Zuge der Data Factory wird mit Hilfe eines Scaling Plans dieser Prototyp dann in ein marktfähiges Data Product ausgebaut. Das Spannende an Data Science ist, dass heute überall Daten generiert werden. Daher stellt sich für alle Industrien und Branchen die Frage, wie können aus diesen Daten neue Geschäftsmodelle und Mehrwerte geschaffen werden. Und genau hier kommt Alexander Tamm ins Spiel. Wir haben Vorwerk dabei unterstützt den Thermomix zu digitalisieren und IoT bereit zu machen. Somit haben sich zahlreiche neue Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle ergeben. Beispielsweise kann Vorwerk seinen Kunden durch den Einsatz von Machine Learning Algorithmen ausgewählte Rezeptvorschläge machen und den Thermomix so nachhaltig verbessern. Den Nutzfahrzeughersteller MAN haben wir dabei unterstützt, die Verfügbarkeit seiner LKW weiter zu erhöhen. Hierfür haben wir mit Hilfe von Fahrzeug und Reparaturdaten ein Modell entworfen, das Ausfälle vorhersagen kann. So können gefährdete Fahrzeuge rechtzeitig gewartet werden. MAN ist so in der Lage, Gewährleistungs- und Reparaturkosten zu senken und Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Seit unserer Gründung haben wir über 500 solcher Data Science Projekte realisiert und neue digitale Geschäftsmodelle entwickelt. Zu unseren Kunden gehören unter anderem die Hälfte aller DAX-Konzerne. Wir sind technologieunabhängig und entwickeln für jeden Kunden individuelle Modelle und Algorithmen. Besonders gefreut haben wir uns über die Auszeichnungen zum besten Machine Learning Dienstleister und Big Data Leader in Deutschland. Starten Sie mit uns Ihre eigene Data Journey und besuchen Sie uns auf alexandertamm.com.